da schauen wir mal also wir bereiten uns ja jetzt mittlerweile auf ordentliche angriffe vor und probieren so viel wie möglich aufzudecken die forschungspunkte wir haben auch langsam relativ gut sieht alles ganz gut aus abhauen ist nicht mein freund abhauen ist nicht mein freund ich kann eine politik machen welch machen wir zuerst das oder das machen wir erst mal das hier das ist schick in fiat elf ja kriegst eine waffenkammer produktion wählen köln kölner eine burg jetzt kommst du hierher wieso habe ich eigentlich bei washington noch nicht so viel gebaut ich habe überall haufenweise gebaut bloß bei washington noch nie zack du rast hier runter stellst dich kurz auf und dann belast du mal truf wenn du denn drauf schießen könntest kannst du natürlich nicht du kannst und nicht so du gehst mal hierher mal gucken ob du dann die straße hier färtsparen kannst du kannst dir um eine straße zu machen überall werden straßen gebaut sap der war fort du bist hier soweit fertig was kann man hier sonst noch windmühle tempel das macht glücklich und das macht dann machen wir erst mal das was glücklich macht mit dir wollte ich mit dir wollte ich doch hier ganz speziell irgendwo hin hier war eisen handels posten handels posten hier war öl mit dir wollte ich nämlich du kannst dich aufbauen und truf hauen du kannst dich aufbauen und truf hauen wenn du es dann könntest dann haust du halt dort druf geht ohne kannst du überhaupt irgendwas dann haust du halt dort druf zack fort dann gehst du nämlich jetzt hier vor zack und du gehst hier hin und hier könnten wir eigentlich weil hier sauviel kohle ist könnten wir hier schon wieder ein dingens bauen könnten wir nicht nur das werden wir glaube ich auch machen wir bauen uns einen siedler und wir bauen uns in bremen einen seehafen da dauert zwar ewig lange aber das bringt uns dann aber auch hier bauen wir einen normalen hafen tempel hier können wir eine kaserne und die nächste runde dynamit ist auch bald fertig hier 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 Und dann schauen wir mal. Oh, einer mit einer neuen Zeit. Es könnten noch Zeichen und Wunder geschehen. Dann schauen wir mal, was der denn zu bieten hat. Na? Ah, in der Stadt München wird ein großer Künstler geboren. So, du kannst hier in Segelback fahren. Du kannst gleich mit zur Dreh hingehen. Was mache ich mit dir jetzt? Großer Künstler. Da gehst du halt hier hin. Ja, ja. So, du kannst dich heilen. Du kannst dich aufbauen und draufhauen. Du kannst ein Stück vor. Dann aufbauen und draufhauen. Das Spiel kennst du ja. Zack. Und du brauchst eine Straße. Du hast hier ein Handelsding hingebaut. Bauen wir gleich hier nochmal eins. Du hast hier fertig. Dann... Wie machen wir das am liebsten? Kannst du hier mal eine Straße bauen. Und du gehst hier her und baust dort in die Straße. Du bist soweit fertig. Da gehst du hier her. Und du gehst... hier her. Und du gehst dich heilen. Und auf was gehst du zuerst? Das ist natürlich doof, dass das alles hier irgendwelche Sperrkämpfer sind. Dadurch habe ich natürlich relativ schlechte Karten. Zack. Das ist natürlich relativ doof gelaufen. Hatte ich dort aber nicht eigentlich schon so ein Ding gebaut? Das ist mir erfällig. Hm. Ich würde... Angegen. Ach ja. Hier, Straße bauen. Du kannst hier ein Säckewerk ins Zimmer. Und mit dem ziehst du jetzt von nach unten. Und mit dem ziehst du hier nach unten. Produktion wählen. Da dürften wir es ja auch fast schon wieder geschafft haben. Mit Theater. Und nächste Runde. Und dann muss ich mich glaube ich erstmal wieder nach und nach etwas einkaufen. So, du gehst hier her. Du wirst garantiert eine Weile brauchen, um dort hinzukommen zu dieser kleinen Insel. Aber die kleine Insel finde ich niedlich, oder? Niederlich. 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 Müssen wir mal kurz gucken. Ich habe einen Schaden kassiert von Brüssel. Das wird Brüsselklaube gleich zurückgekommen. Du baust hier eine Straße. Du baust hier rüber. Und baust hier eine Farm. Du baust dich auf. Und drauf. Du bist schon aufgebaut. Und drauf. Und du greifst mal das Ding hier an. Zack. Fort. Und du gehst hier vor. Du baust jetzt hier ein Boot rum. Jawohl. Wir wollen modernisieren. Jawohl. Wir wollen modernisieren. Da verlieren wir zwar ein bisschen was, aber... Naja. Use it or lose it. So. Du kannst warten. Aha. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Und der kleine Königin hier. Zack. Produktion wählen. Was haben wir hier? Washington kann Zirkus bauen. Kann die Auto bauen. Warum hast man Zirkus? Und hier oben. Willst du gar nicht angreifen, mein Freund. Du willst. Rüner forscht. Gut. Gut, Knut. Nächste Runde. So. Du kannst... Was wolltest du? Du solltest Straßen bauen. Du solltest hier hoch. Hins weiter. Und du solltest hier hin. Geht aber gerade nicht. Dann fährst du halt dort hin. Meine Güte. Macht ihr euch das umständlich? Hier geht gerade gar nichts. Hm. Da gehe ich mit dir mal hier rüber. Weil dort ist noch... So. Da können wir noch ein bisschen was bauen. Du bist mit der Straße schon fertig? So. Seid ihr doch noch nicht fertig gewesen? Alle Bentsch. Die kriegen jetzt einfach mal die Straße von mir aufgedrückt. Ich habe denen jetzt mal eine Straße hingebaut. So. Ach ja, ich wollte mich ja noch einkaufen. Das muss man ja dann gleich auch noch machen. Und so.